Absolut, jedes Restaurant braucht eine Philosophie, um erfolgreich natürlich bestehen zu können und mit unseren drei individuellen Restaurants ist es natürlich umso wichtiger, eine gute Philosophie zu haben. Unsere basiert natürlich ganz stark auf kontinuierlich starker Qualität, frische, regionalen Bezug und ich denke, das ist am Ende vom Tag entscheidend für eine erfolgreiche Gastronomie. Versprechen kann ich ihnen Spaß und Genuss auf höchstem Niveau in einem modernen Ambiente in all unseren verschiedenen Outlets. Ja, das ist immer eine gute Frage, wenn man das einen Koch fragt, aber ganz ehrlich, meine Lieblingsspeise sind selbstgemachte Pasta, eine tolle Tomatensauce, frischen Parmesan und da bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.